Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Cry of Fear. Wir waren auf dem Weg... ...im richtigen Weg, hoffe ich. Ja, wir sind hier. Wir haben kaum mehr Kugeln hierfür. Seh ich gerade. Aber egal, was soll's. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Auch sie mit Gebrüll. Türen. Und ne Treppe. Und Muni. Danke. Oh, ich hab doch drei. Der Elevator ist stuck. Schon wieder. Ist gar keine Tür. Stairs. Wie war das nochmal? I would walk a hundred mile. Ich kann den Text leider nicht. Ähm. Jetzt da auch ne... Tür. Mal gucken, was uns erwartet. Das sieht noch friedlich aus. Oh. Ach, Mann. Wenn man... ...wieder zurück ins Spiel klickt. Gut. Die ist zu. Ich hätte gerne wieder Kugeln. Oh Gott. Wer rechnet's mit sowas? Wer rechnet mit sowas, ne? Wo ist der Penner jetzt? Die Wand. Ist er da? Ich hab ne Waffe und ich werd sie benutzen. Oh. Dankeschön. Kann ich nochmal speichern? Oh. Hat sich ja total gelohnt. Hat er das fallen lassen? Ja, die war auch zu. Und ist immer noch zu. Der Typ hat sie nicht geöffnet für mich. Ich sitze auf meinem Kabel, sehe ich gerade. Nichts sehe ich gerade, merke ich gerade. Ich will wieder speichern. Da ist nix. Nichts. Nicht. Hä? Oh, oh, oh. Da ist eine. Musik hört sich gar nicht gut an. Ach, Menschenskinder. Jetzt lass es. Ja, okay. Ist zu. Wir speichern nochmal. Nur vorsichtshalber. Hä? Ach, die haben jetzt auch Schusswaffen. Also wenn jemand schießt und ich jetzt nicht bin, dann sind es die Typen. Okay, ähm. Gut zu wissen. Können wir nicht doch wieder Final Fantasy spielen? Sexen Avenue. No. Ah! Das war mal der. Kopf. Ich spiele auf einfach. Da sind so viele da. Ich muss lernen auszuweichen. Scheiße. Ja, wir sind sie auch. Ich glaube, den nächsten Angriff überlebe ich nicht. Ich glaube, der hat sich, glaube ich, selbst erschossen. Hä? Ach so, der liegt da drin. Ja. Ich sollte mal meine Waffe nachladen. Bevor ich gleich wieder böse überrascht werde. Aber ich bin nachgeladen. Fantastisch. Bestimmt muss ich hier hin. Bestimmt. Ich werde erst mal noch mal speichern. Und mich vielleicht noch mal hier umgucken. Kann ja nicht sein, oder? Sexen Avenue ist so nah. Habe ich gerade erst gespeichert, aber egal. Wir gucken uns das erst hier an. Ich habe es liegen lassen. Nein. Ich schwitze jetzt schon wieder. Das gibt es gar nicht. Es geht auf Scheiße. Also klar. Ah, jetzt habe ich wieder tausend... Wenn da noch ein Speicher ist, kann das nichts Gutes heißen. Dann sollte ich mich vielleicht erst auf der Straße umsehen. Willkommen wieder. Ich weiß nämlich gerade nicht, welcher Weg richtig ist. Können wir hier rein? Nö, ist nur wieder angemalt. Wir müssen noch in die Sexen. Oh, wo ist der Penner? Ja, komm her! Mensch, ins Kinder. Aber ich wurde kaum getroffen. Das ist hier schon mal was. Was soll ich öfter so machen? Ich finde es eigentlich gut in Shootern, aber das habe ich... Würde ich behaupten, mal gut hingekriegt. Chillips. Mhm. Chillips. Ja, Sexen Avenue ist nicht. Und Panasonic. Kann ich denn hier rein? Jo, kann ich. Ha! Welchen Weg soll ich denn jetzt nehmen? Scheiße! Kacke! Der mit dem Speicher, oder? Aber so... Zwei Speicher hintereinander ist sehr verdächtig. Das ist wirklich sehr, sehr verdächtig. Wer weiß, was da jetzt kommt. Speichern wir da mal. Ich muss noch mal auf dem Spiel klicken. Moment. Wenn ich immer vergesse... Habe ich doch ein Gang hier drin. Also eigentlich unnötig, dass ich den Ton vom Spiel immer leiser mache. No, hinter mir! Ups. Ich hätte rennen sollen. Simon. Oh, ich habe auch wieder... die andere Maus drin. Deswegen. Lauf. Oh, scheiße! Wo muss ich hin? Da! Oh, kacke! Lass mich in Ruhe! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss! Ich laufe einfach! Oh, kacke! Das war richtig anscheinend. Speicher? Speicher! Einen Speicher hätte ich gerne. Eine Sackgasse, richtig? Ja. Ich hocke mich jetzt hier hin und heule, ja? Ist das okay für euch? Ich habe keine Lust mehr. Ich bin gerade... Elf Minuten im Spiel. Wo bist du? Arsch! Du Arsch! Ich glaube, ich habe jetzt nur einen Schlag kassiert. Aber egal. Er hat dafür mit dem Leben bezahlt. Es tut mir leid. Das war schlecht. Das war wirklich schlecht. Kann ich mich hier aufwärmen? Wir stehen hier mal ein bisschen... Jetzt in den kalten Oktober... Kalt. Trotzdem kalt. Kalten Oktober-Tagen-Karten. Kann man sich hier gut aufwärmen. Was erzähle ich eigentlich für den Scheiß? Was erwartet mich jetzt? Ok. It's locked. Benötigen wir einen Key oder... Benova? Geht nicht. Kann jetzt hier mal alles einfrieren, wie bei... Silent Hill. Ja? Was war das? Das wäre doch mal geil. Oh, so eine schöne Aussicht. Ich würde gerne... Speichern! It's locked. Speichern würde ich gern. Oder ins Wasser springen. Hoffentlich ist es eiskalt. Eis, eiskalt, wirklich. Eis, 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 eiskalt. Dann geht's wenigstens schnell. Ein Gerüst. Okay. Das kennen wir ja schon. Da kommt niemand. Das ist der perfekte Ort, um wir zu rennen. Müssen wir gleich rennen? Oder da hoch? Moment. Hä? Ah, okay. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Okay, aber die können wir ja nicht kombinieren, oder? Ah, doch, können wir. Super. Na! Uah! Damit man sie einmal testen kann. Aber wofür ist das? Ha! Och, nö. Ja, dafür hätte ich keine Muni verschwenden brauchen. Wir wechseln mal eben auf die andere wieder. Da haben wir nämlich mehr Kugeln für. Ah! Nö. 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 Nein! Das kann jetzt dauern. Ich bin nicht gut in solchen Sachen. Okay. Nach dem dritten Versuch hat es dann auch mal funktioniert. Einmal tief durchatmen. Wir kommen wieder in ein Wohnhaus. Wir wissen, was das bedeutet. Simon. Geht doch. Hä? Was ist das? Wer tippt da? Auf einer alten Nähmaschine? Nein! Ähm. Okay. Schreibmaschine. Das ist das Wort, was ich suchte. Muni. Da geht es bestimmt gleich weiter. Ja, da geht es weiter. Schnell, 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 schnell raus hier. Wir müssen doch jetzt nicht etwa... Ich kann sowas nicht. Das schaffen wir doch nie. Habe ich schon gesagt, wir können sowas nicht? Wir testen es mal. Ne, diesmal müssen wir rennen. Eins. Zwei. So gerade eben. Wo müssen wir überhaupt hin? Hat sich erübrigt. Ich hab's gefunden. Dann... Da bestimmt. Nein! Fuck. Jetzt darf ich wieder alles von vorne machen. Ja. Ach, da kommt Freude auf. Kriege ich wenigstens was dafür? Am Arschtritt oder so? Nässe. Äh, was gibt's denn noch? Nein. Ähm, ne Handgranate. Ich weiß schon, wofür ich die verwenden werde. Oh Mann, du... Jetzt hänge ich hier. Erst spring, dann crouchen. Erst spring, dann crouchen. Ich war so stolz auf mich. Und jetzt hab ich alles ruiniert. Oh Mann, du... Das wird Ewigkeiten dauern. Kommt, das letzte Mal hat der Trick auch funktioniert. Ja, wir dürfen halt nicht mehr runterfallen. Genau. Wie ich gesagt habe. Simon, geh einfach da rein. Thanks a lot. Auch immer da tippt, lass es. Sollte rennen. Wutsch. Jetzt bloß nicht mehr runterfallen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da hin. Ich weiß zwar nicht, wie ich das machen soll, aber das ist ja egal. Shit happens. Okay. War leichter als gedacht. Gleich fallen wir bestimmt wieder. Und jetzt... Und jetzt... Warum frage ich überhaupt noch... Komm schon. Habe ich schon mal erzählt, dass ich Jump'n'Run hasse? Ich glaube oft genug. Muss ein bisschen schräg springen. Kann ich auch so gut. Anlauf nehmen. Yep. Okay. Wir haben's geschafft. Mir ist so warm. Was gibt's gar? Da wieder. Ich muss da hin, oder? Oder muss ich da hin? Und da, da rüber zu springen, ist einfacher als... Ähm... Von hier nach da. Dann tue ich das auch. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich muss da hin, oder? Vielen Dank.